Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem Letz-Info hier. Ja, ich lebe noch, ich war, ähm, ja, drei bis vier Tage lang krank, ähm, hatte Magen, Darm und so. Mitten im Praktikum war nicht so schön, äh, ja, jetzt bin ich wieder gesund. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum immer noch keine Videos kommen. Ich bin so circa schon seit ein bis zwei Tage gesund. Also, so halbwegs jedenfalls. Also mir geht's schon gut, aber, ja, noch nicht so perfekt, sag ich einfach mal so. Ähm, ja, jetzt ist die Frage, warum keine Videos mehr kommen. Half-Life 2 kommt, die kommen entweder heute noch, morgen, oder keine Ahnung. Auf jeden Fall bekomme ich bald ein neues Headset. Wir fahren nach, ähm, Expert, glaub ich, ja. Da hol ich mir dann, weiß nicht, ob wir das heute noch machen, ich hoffe mal, oder morgen. Dann auf jeden Fall holen wir da ein Headset, ein neues, weil mein altes ist irgendwie ein bisschen scheiße. Das rauscht auch, wenn man das immer hört und so. Ich will mal eins für 15 bis 20 Euro kaufen. Ähm, ich weiß noch nicht so welches, ich guck mal so, welches jetzt ganz gut ist. Und das werde ich mir dann holen und dann geht's wie gewohnt weiter. Beim Schrottmühle, mit meinem PC, leider noch nicht. Ähm, vielleicht bekomme ich auch irgendwann mal einen neuen PC, einen besseren. Da muss dann Half-Life doch ein bisschen schlechter, eine schlechtere Qualität. Ich hab jetzt so ein bisschen die Lösung gefunden, ein bisschen rumprobiert. Und zwar werde ich das in Half-Size machen. Also von Fraps. Äh, das ist dann wesentlich etwas schneller. Ich versuche alles rauszuholen. Was man da noch irgendwie ein bisschen schneller und so machen kann. Ich würde das Ganze dann wieder in HD machen. Und, ja. Nur mal so als Information, dass ich noch lebe. Ich lebe noch. Ich bin wieder gesund. Ich war nur krank. Das Praktikum ist zu Ende. Ein bisschen schade, aber... Na, gut. Jetzt haben wir ja Ferien. Darauf freue ich mich. Und jetzt mal hier so... Nicht... Ich will keine Werbung machen, aber... Ähm, ja. Ich spiele auch jetzt... Ich hab mich vor... Ich hab mich gestern hier angemeldet. Mal kurz mal gucken. Battlefield Play for free. Ist umsonst. Könnte ich auch anmelden. Äh, ja. Ich bin schon Level... Acht bald. Und, ja. Ähm... Das war's auch, glaube ich, erstmal. Ich hoffe mal, das Headset bekomme ich bald schnell. Und ich werde erst die Videos dann wieder machen. Das heißt, die beiden Projekte hier. Wenn ich mal ein neues Headset habe. Weil ich einfach... Ja, eine bessere Soundqualität und Audi-Qualität haben will. Und nicht immer dieses verkackte Rauschen. Diese Behinderten... Keine Ahnung. Und, ja. Das wär's auch erstmal wieder. Ich lebe noch. Und, ja. Wir sehen's dann mal mit meinen nächsten Videos. Bis dahin einfach. Und, ciao. Bis zum nächsten Mal.